Es wird nun Zeit für einen inspirierenden Vortrag, eine inspirierende Keynote, die uns mit hineinnehmen wird in die Wende. Wir haben einen wunderbaren Speaker, der renommierter Journalist und Autor ist und genau hiervon erzählen wird, und zwar von der Wende. Und ich freue mich, dass er da ist. Ein Applaus bitte für Friedemann Karik. Danke. Danke. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen von mir auch nochmal und vielen Dank natürlich für die Einladung hier nach Köln zur Polis Mobility, die mich als absolut fachfremden Menschen besonders gefreut hat, also dass man sich sozusagen traut, jemanden zu holen für den Eröffnungsvortrag, der wirklich von Mobilitätswende wahrscheinlich in diesem Raum mit Abstand am wenigsten Ahnung hat. Aber es kann ja auch ein Gewinn sein. Ich habe mich natürlich gefragt, was hat das, mit dem ich mich täglich beschäftige, mit der Mobilitätswende, mit Verkehr zu tun. Ich schreibe eigentlich Bücher und spreche darüber und ich habe ein Buch geschrieben über das Geschichtenerzählen, dazu gleich mehr. Vorher möchte ich aber Sie eigentlich ein kleines bisschen besser kennenlernen und das geht am besten mit einem psychologischen Experiment. Wir schließen jetzt die Türen, keiner kann mehr raus. Nein, keine Angst, Sie müssen auch nicht unbedingt mitmachen. Aber vielleicht haben Sie ja Lust, mit mir darüber nachzudenken, was Sie hier sehen. Das ist nicht sonderlich kompliziert. Ich bin sicher, in Ihrem Alltag haben Sie mit schwereren Dingen zu tun. Es gibt auch keinen Ton, es gibt auch kein richtig oder falsch, nur Ihre Interpretation. Ich bin sicher, in Ihrem Alltag. Spannend, oder? Gut, was haben Sie gesehen? Hat jemand eine Idee? Frei heraus. Ein Streit in der Familie. Das kennen wir alle, glaube ich. Wer war wer? Ohne, dass ich das weiter interpretiere, was Sie jetzt sagen. Bitte? Der Punkt war das Kind. Das ist der Mann, der ist aggressiv geworden irgendwann und hat die Wohnung zerlegt. Gut, da sind wir schon mittendrin. Das ist natürlich richtig, wie jede Interpretation dessen richtig wäre und ist natürlich auch komplett falsch, weil was Sie gesehen haben, war keine Familie, sondern es war ein Dreieck und ein Punkt und ein paar Formen, die sich bewegt haben. Zum Glück, ich würde Ihnen natürlich hier keinen Familienstreit zeigen. Was Sie gesehen haben, war ein psychologisches Experiment aus dem Jahr 1944, ganz simpel. Die Psychologinnen Fritz Heider und Marianne Simmel haben das als Animationsfilm konzipiert und eben einigen hundert ProbandInnen vorgeführt und tatsächlich, sie liegen in dem Sinne völlig richtig. 95% der Menschen, die das gesehen haben, haben einen Sinn hineingedeutet, der eigentlich nicht da war. Und nur 5% haben gesagt, ich habe geometrische Formen gesehen, nämlich die eigentlich in Anführungszeichen richtige Antwort. 95% von uns erzählen eine Geschichte. Wenn wir etwas sehen, was vornehmlich keinen Sinn ergibt, dann denken wir uns eine Geschichte dazu aus, weil so funktionieren unsere Gehirne. Das ist die Mustererkennung, mit der wir durch die Welt gehen. Wenn etwas nicht da ist, schwarz ist, etwas keinen Sinn ergibt, dann versuchen wir auf irgendeine Art, das für uns so zu ordnen, dass wir davon erzählen können. Sie haben mir gerade eine sinnvolle Antwort gegeben. Der ganze Raum hat verstanden, was Sie meinen. Im Grunde ist eine Geschichte also immer das. Wir machen aus Schwarz weiß. Wir machen aus Sinnlosigkeit Sinn. Ich teste das mal, ich bin gestern mit dem ICE von Berlin hierher gefahren, dann kam irgendwann die Schaffnerin, hat nach meiner Fahrkarte gefragt, ich habe die Fahrkarte vorgezeigt und dann bin ich hier angekommen, jetzt bin ich hier. Das ist eine Geschichte, aber irgendwas fehlt. Was fehlt, ist natürlich der Konflikt. Da hatte niemand was dagegen. Es ging viel zu einfach, ich wurde nicht geprüft. Das heißt, wir brauchen für eine Geschichte nicht nur eine Welt, irgendeinen Sinn, den wir hineininterpretieren und Figuren, sondern wir brauchen vor allem dieses rote X, damit es uns interessiert. Das heißt, wir brauchen jemanden, der will etwas. Sie haben eben auch von der Familie erzählt in dem Streit. Vielleicht wollte der Vater was, die anderen Kind, Mutter wollten was anderes, vielleicht auch andersrum. Und wir haben vor allem einen Konflikt. Sonst hätte der ja nicht die Wohnung kaputt gemacht. Das heißt, wenn die Schaffnerin mich aus dem Zug geschmissen hätte und ich wäre deswegen zu spät gekommen, dann wäre die Geschichte schon ein bisschen interessanter. Also, das ist das allereinfachste Schema dessen, was wir Geschichten erzählen. Wir haben jemanden, der will was, der will ins Plus, der hat einen Auftrag einer Agenda. Wir nennen es sozusagen in der Kulturwissenschaft auch die ProtagonistInnen. Wir haben jemanden, der hat was dagegen, sind die AntagonistInnen. Und wir haben irgendeine Art von Lösung des Konflikts. Im besten Falle natürlich ein Happy End. Und das tatsächlich, dieses einfachste Schema, das werde ich gleich noch ein bisschen vertiefen, und das passt auf alle Geschichten, die wir uns erzählen. Also, die großen Hollywood-Stories, hier natürlich Frodo und der Ring. Der will was mit dem Ring machen. Da haben Leute was dagegen. Ich denke, sie kennen die Geschichte alle. Das fängt aber natürlich bei den großen griechischen Eben an. Also, hier haben wir Odysseus und den Zyklop. Jedes Shakespeare-Drama besteht natürlich darin, dass jemand etwas will, aber es nicht kriegen kann, wie hier natürlich das berühmteste Liebespaar der Geschichte. Auch die kleineren Dramen, die wir uns erzählen, leben auch davon, dass jemand etwas will und jemand hat etwas dagegen. Das ist natürlich ein ganz berühmter Antagonist. Ich weiß gar nicht, gibt es den noch? Ja? Gibt es gute Zeiten, schlechte Zeiten noch? Jo, gerne. Aus dem Fernsehen. Man kann aber noch einen Schritt weiter zurückgehen in der Geschichte unseres Geschichtenerzählens. Es gibt ja keine echten Fotografien von Jesus von Nazareth, deswegen habe ich mich mal da bedient. Alle religiösen Mythen funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Wenn Sie sich die Bibel mal als Kurzgeschichtensammlung anschauen, dann sehen Sie die Geschichte eines Mannes, der gegen größte Widerstände an etwas glaubt und sich immer wieder gegen Antagonisten oder antagonistische Kräfte, den größten Antagonisten, den man sich vorstellen kann, am Ende sogar den Teufel, durchsetzt und sein Ziel erreicht und etwas Großes opfert und dadurch die Welt verändert. Das wird gleich noch wichtig, wenn wir uns näher anschauen, was die innerliegende Struktur der meisten Geschichten ist, die wir uns erzählen. Das geht ganz tief und ganz weit, zum Beispiel auch in der Werbung. Ich glaube, Sie erinnern sich an diese Werbung einer Supermarktkette vor ein paar Jahren, wo ein Opa eben seine Kinder wieder zusammenbringen möchte und dadurch das nur schafft, indem er seinen eigenen Tod fälscht. Werbung hat das natürlich auch sehr, sehr gut verstanden, weil da wollen immer Leute was, da gibt es Protagonisten, und da gibt es einen Widerstand und die Lösung ist natürlich das Produkt, was uns die Werbung verkauft. So funktioniert aber heute auch Aktivismus. Diese beiden jungen Frauen, die Sie sicherlich kennen werden, von Just Stop Oil, in Deutschland hieß es dann letzte Generation, die haben uns auch eine Geschichte erzählt. Die wollten uns auch auf ein Narrativ hinweisen. Und das würde ich sagen, rein aufmerksamkeitsökonomisch relativ erfolgreich, weil die haben nicht viel gebraucht. Die haben kein Werbebudget gebraucht und keinen großen Epos, keinen Hollywood-Film und sie waren trotzdem mit ihrer Geschichte in aller Munde. Weil wir eben eigentlich uns von den Affen gar nicht so weit entfernt haben, weil unsere Gehirne immer noch relativ simpel funktionieren, weil man sagen könnte, dass wir gar nicht der schlaue Mensch sind, sondern eigentlich sind wir immer noch ein Affe. Aber wir haben einen Unterschied. Wir machen eine Sache anders als alle anderen Lebewesen auf dieser Welt. Wir erzählen uns Geschichten. Und in diese These war ich so verliebt, dass ich irgendwann mit Samira El-Uhasil ein Buch darüber geschrieben habe, was eben heißt Erzählende Affen. Mythen lügen, Utopien wie Geschichten unser Leben bestimmen. Seit wir dieses Buch geschrieben haben, werde ich oft mit einem Biologen verwechselt. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Affen, muss ich das auch sagen, ungefähr so viel wie von der Verkehrswende. Ich habe mich aber ein bisschen damit beschäftigt, was das genau bedeutet, dass wir die Welt eben Geschichten sehen. Dass es sogar so ist, dass wir die Welt gar nicht nicht in Geschichten sehen können. Geschichten sind wie Farben für unser Auge. Sie können, wenn Sie natürlich, wenn Sie Farben sehen, es gibt leider ein paar Menschen, die das nicht sehen können, aber die meisten von uns sehen die Welt in Farben. Sie können das nicht abschalten. Sie können nicht auf einmal auf Schwarz-Weiß schalten, weil Sie jetzt keine Lust mehr auf Farben haben. Genauso wenig können Sie auf Geschichten verzichten, weil so eben unser Gehirn funktioniert. Und das geht sehr tief. Die Frage ist, was bedeutet das für uns hier heute? Soweit die Theorie. Jetzt schauen wir mal in die Praxis. Was hat das alles mit uns als BürgerInnen heute zu tun, als Menschen des 21. Jahrhunderts und mit der Verkehrswende, mit dem Begriff Wende, mit dem Begriff Veränderung und mit dem Begriff Mobilität unterwegs sein? Ich dachte erst gar nichts. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe einige erstaunliche Parallelen gefunden. Das ist die Geschichte, die die Stadt Berlin von der Mobilitätswende in einem Bild erzählt. Wenn man Mobilitätswende Berlin googelt, habe ich einfach mal gemacht, weil ich da wohne, dann findet man dieses Bild. Und in diesem Bild stecken ja schon einige Geschichten von ProtagonistInnen, vielleicht auch von AntagonistInnen, von einer Art Zusammenleben, wie es einmal sein soll. In manchen Stellen sieht Berlin auch gar nicht so viel anders aus. Da sind wir schon ein gutes Stück weit gekommen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass uns noch ein weiter Weg bevorsteht. Das klang ja eben auch schon an. Und wir haben uns in diesem Buch eben auch gefragt, was bedeuten Geschichten denn politisch? Was bedeuten denn Geschichten für unser Zusammenleben? Man kann natürlich ewig über Frodo und Herr der Ringe und die Parallelen zu Star Wars und zu Jesus und so weiter sprechen. Das ist auch super interessant. Aber wir haben uns eben gefragt, okay, aber wenn wir heute die Welt verändern wollen, was für Geschichten müssten wir uns denn eigentlich erzählen? Weil ich glaube, an vielen Stellen fehlt uns da eben, wie Herr Bussmann eben es gesagt hat, die Bilder. Es fehlen uns die großen Szenarien. Wo können wir also diese Schemörter aus ProtagonistInnen, AntagonistInnen, einer These, Antithese, Synthese analysieren, im politischen, im kulturellen, im Zusammenleben und vielleicht verbessern, vielleicht neue Narrative finden? Und als ich darüber nachgedacht habe, was das Geschichtenerzählen mit der Mobilitätswende zu tun hat, ist mir eine interessante Sache aufgefallen, nämlich, dass die allermeisten großen Geschichten, die wir uns erzählen, die unsterblichen Geschichten, die Geschichten, die wir unseren Kindern von Generation zu Generation weitergeben, wie zum Beispiel natürlich die Odyssee, das homersche Epos von den Irrfahrten des Odysseus, der Trojanische Krieg, ist vor allem eine Reise, ist vor allem Mobilität. Der Held Odysseus ist deswegen ein Held, weil er diese fantastische, wahnwitzige, herausfordernde Reise übersteht, weil er nicht aufgibt, weil er nach Hause will, weil er alles bereit ist, für sein großes Ziel zu tun und weil ihm das alles abverlangt. Er muss alle seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Er ist unheimlich clever, er ist unheimlich mutig, er ist unheimlich loyal zu seinem Mann und wird am Ende mit dem Heimkommen zu seiner Frau belohnt. Und interessanterweise ist das auch die Geschichte von einem gewissen Jesus von Nazareth, von Beruf, später, Wanderprediger. Der wandert. Der wandert die ganze Zeit herum. Der sitzt nicht an einem Ort und wartet, dass die Leute zu ihm kommen, sondern der geht zu den Leuten hin. Der begibt sich auf eine Reise. Er begibt sich auf die große Reise zum Schicksalsberg. Und so könnte man jetzt sehr, sehr, sehr viele Beispiele von ganz großen Geschichten finden, die erstaunlicherweise eine Reise erzählen. Und so heißt auch das eine bestimmende Schema aus der Mythenforschung, was ein Mann namens Joseph Campbell 1950 gefunden hat, der hat sich wirklich tausende und abertausende Mythen, Legenden, religiöse Geschichten, Hollywoodfilme und so weiter angeschaut und hat gesagt, es muss doch ein Strukturprinzip geben. Ich muss da herausfinden, was haben alle diese Geschichten gemeint? Und er hat etwas gefunden und es ist frappierend. Sie können das zu Hause mal ausprobieren mit Ihrer Lieblingsgeschichte, wie gut das auf die allermeisten großen Geschichten passt, die wir uns erzählen. Und er nannte es die Heldenreise. Die Heldenreise besteht heute noch fort. Star Wars funktioniert danach. Die Alienfilme funktionieren danach. 80 bis 90 Prozent der großen Filme, die wir so mögen, funktionieren danach. Große Literatur, wie gesagt, große Fantasy eben. Und auch die großen religiösen eben. Buddhas Reise, Jesus Reise, Mohammeds Reise. Und Joseph Campbell konnte das relativ genau in zwölf Schritte einteilen. Ich habe Ihnen das jetzt hier nochmal mitgebracht. Das ist nicht alles so völlig interessant. Für uns vielleicht sind eben genau diese Schritte der Mobilität interessant, wo eben von einem Menschen erzählt wird, der sich für ein großes Ziel aufgemacht hat und sozusagen in den Verkehr gegangen ist. Am Anfang ruft das Abenteuer, dann kommt die Weigerung. Also wir fangen hier oben an an zwölf Uhr. Dann gibt es schon die Schwelle zur ungewohnten Welt. Da gibt es nahe das Vordringen in die tiefste Höhle. Da muss also der Held sich seinen größten Ängsten stellen. Und am Ende, wenn er dann gewonnen hat gegen alle Gegner, dann gibt es den Rückweg in die eigene Welt. Der Held kehrt nach Hause zurück, hat also einen Zyklus beschrieben. Und ganz wichtig, er hat sowohl die Welt verändert, weil er ein großes Abenteuer bestanden, ein Monster legt oder wie auch immer, aber er hat auch sich selbst verändert. Das ist der Sinn unseres Geschichtenerzählens. In den allermeisten Geschichten geht es im Endeffekt, im Kern nicht um die großen Abenteuer, die bestanden werden, sondern es geht um die Prüfung und um die Veränderung der Heldinnen. Es geht darum, dass sie etwas finden, was in ihnen ist, wie zum Beispiel Mut oder besondere Fähigkeiten und dass sie das anwenden und dass sie uns zeigen, dass sie die Prüfung zurecht bestanden haben und dass sie jemand anderes werden, dass sie jemand Besseres werden, dass sie jemand Wahrhaftigeres werden. Das heißt, Geschichten haben vor allem die Funktion, uns Veränderungen schmackhaft zu machen, um uns zu zeigen, in allen von uns steckt eine bessere Version unserer selbst. Wenn Sie an den Selbstoptimierungsdiskurs heute, denken, das sind ganz ähnliche Begriffe und Parabeln, dass man sagt, ja, du musst die Reise zu deinem wahren Ich antreten. Das war mal ursprünglich die Funktionsgeschichten und das ist es noch heute, uns Veränderungen als etwas Positives, als etwas Machbares zu zeigen und Vorbilder zu schaffen, an denen wir uns aufrichten können, mit denen wir uns identifizieren, mit denen wir mitfiebern. Nicht umsonst sind die allerältesten dokumentierten Geschichten der Menschheit Höhlenmalereien, die wirklich vor, in diesem Fall glaube ich, etwa 44.000 Jahren gefunden wurden in einer Höhle in Sulawesi, in Indonesien, sind Geschichten von der Jagd, sind Geschichten von Menschen, die auszogen, um etwas zu erbeuten, große Prüfungen bestehen mussten, mit wilden Tieren kämpfen mussten und dann kamen sie mit der Beute wieder zurück, klassische Heldenreisen. Diese Jagdszenen sehen wir überall eigentlich, wo Menschen angefangen haben zu zeichnen, wo Menschen angefangen haben, sich Geschichten zu erzählen, sehen wir das verdeutlicht. Oder Pornografie, aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir also nach Hollywood noch einmal schauen, das heißt, in die Geschichtenmaschine unserer Zeit, die uns immer wieder mit ganz großen Geschichten bespielt, und hier habe ich mal so ein Bild gefunden von ganz vielen verschiedenen Helden, und Sie können sich sozusagen aussuchen, welcher Film oder welche Heldin Ihnen am besten gefallen hat, mit großer Wahrscheinlichkeit durchleben diese Heldinnen eine Reise. So wie diese zwei zum Beispiel, der erfolgreichste Film letztes Jahr, ich bin sicher, einige von Ihnen haben Sie ihn gesehen, hat jetzt mit den Beispielen, die ich gebracht habe, und vielleicht auch mit der Mobilitätswende, überhaupt nichts zu tun. Aber was machen die? Die verlassen ihre gewohnte Welt, das Babyland, kommen in die echte Welt, um etwas zu verändern, um die echte Welt zu verändern, um sich zu verändern, um eine Prüfung zu bestehen, um am Ende zurückzukehren. Und deswegen glaube ich auch, ist die Verkehrswende so knifflig, auf eine Art, weil wir natürlich kulturell, ich habe das jetzt anhand von Geschichten belegt, ich bin sicher, die Herren könnten das an vielen anderen Beispielen auf anderen Ebenen auch noch belegen, weil wir Bewegung und Mobilität als etwas hochgradig Positives erzählen, seit Jahrtausenden von Jahren, weil wir Reisen lieben, weil wir Tourismus lieben, weil wir das Fliegen lieben. Den Screenshot habe ich irgendwann dieser Tage mal gemacht, bin einfach auf Flightradar24 gegangen, haben wir geguckt, so viele Flugzeuge sind jeden Morgen in der Luft. Nicht nur, weil wir müssen und niemand zerstört gerne das Klima dabei, sondern weil wir es lieben, weil es Menschsein bedeutet, nomadisch zu sein, sich aufzumachen und etwas zu erleben. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob wir in dem großen Diskurs der Klimakatastrophe, der nötigen Verkehrswende, der ökologischen Frage, der Transformation, sagt man heute auch, interessanter Begriff, weil er in der Mythenforschung auch schon immer vorkommt, und die Transformation des Helden. Wer sind jetzt da eigentlich die Protagonisten und die Antagonisten, von denen ich vorhin gesprochen habe? Das heißt, sind wir jetzt die Bösen, weil wir so viel unterwegs sind? Geht es um unseren CO2-Fußabdruck? Ein Konzept, was Ihnen sicherlich allen bekannt ist, was ja dazu da ist, uns bewusster zu machen, ist unsere Mobilität vielleicht schädlich? Sollten wir sie zurückfahren als Individuen? Müssen wir als Gesellschaft jetzt von jedem den CO2-Aufdruck ausrechnen? Und wenn wir daran genug rumschrauben, wenn wir den senken, dann haben wir das Abenteuer bestanden? Sind wir die Antagonisten in dieser Geschichte gegenüber allen Lebewesen auf der Welt, die darunter leiden? Sind wir im Westen vielleicht die Antagonisten, weil wir so viel fliegen und andere Menschen auf der Welt können sich nicht einen Flug leisten? Und wer hat überhaupt diese Geschichte erfunden vom CO2-Fußabdruck? Ich dachte ja immer, weiß ich nicht, das war Greenpeace oder die Grünen. Dann habe ich gelernt, es war BP, British Petroleum, der charmante Ölkonzern um die Ecke. Der hat natürlich damit etwas bezweckt, weil wenn man uns als Individuen einredet, ihr seid schuld, ihr seid die Antagonisten in der Geschichte, ihr müsst nur euren CO2-Fußabdruck senken, dann haben wir gewonnen. Lenkt man die Aufmerksamkeit vielleicht von denen weg, die noch eine größere Verantwortung haben. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir ja weiter mobil sein wollen, dass ja Verkehr, das Reisen, egal ob beruflich oder privat, eigentlich was Gutes ist. Dass wir gleichzeitig aber, es ist banal, ich weiß es, aber man muss sich immer wieder daran erinnern, wir haben ja nur einen davon. Wir haben nur einen Planeten, wenn der verbraucht ist, dann bleibt nicht mehr viel übrig, wovon wir erzählen können. Und gleichzeitig, und das tut mir weh als jemand, der auch Romane schreibt, der Drehbücher schreibt, ist ja die Erzählung von dem, was wir eigentlich anstellen müssten, sehr schwach vertreten. Es gab eine sehr, sehr interessante Studie mit den häufigsten Begriffen in amerikanischen Drehbüchern über 10, 15 Jahre. Die haben einfach die Drehbücher gescannt, was so verfilmt wurde, und haben geguckt, was so drin ist, und haben eben geschaut nach Begriffen der Klimakrise oder der Transformation oder der Wende, wie auch immer. 37.453 Skripts von Serien und Filmen, ich sehe es hier gerade nochmal, wurden dazu gescannt. Und diese Begriffe wurden dann zusammengefasst und gesagt, das hat alles irgendwie mit Klima, mit Wände und so weiter zu tun. Das Wort Hund kam 14 Mal häufiger vor als alle diese Begriffe zusammen. Ich mag Hunde, aber ich glaube, es wäre wichtiger, davon zu erzählen. Das heißt, wir haben ein großes Defizit auch in unseren Erzählungen, uns vielleicht andere Szenarien zu präsentieren, dieses Schema aus Protagonistinnen und Antagonistinnen zu sortieren und zu sagen, wo wollen wir denn hin? Okay, wir haben jetzt verstanden, das Alte wollen wir nicht mehr, wir wollen aber Mobilität behalten, also wo wollen wir denn eigentlich hin? Und deswegen glaube ich auch, weil die Geschichte, die diese Leute erzählt haben, mögen sie uns auch noch so damit genervt haben, so effektiv, weil wir in einer Verdrängung stecken, weil wir an ganz vielen Stellen eben nicht davon erzählen, was das eigentliche Problem ist, weil wir immer wieder auf die alten Geschichten zurückkehren, die erzählen uns immer wieder, Mobilität ist toll, aber wir haben noch keine Geschichte für die Zukunft gefunden. Wir haben noch keine Geschichte gefunden, in der wir als Gesellschaft mit der Wende zu Protagonistinnen werden. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Frage so spannend, wegen der Sie hier ja auch zusammenkommen, wie können wir das ändern? Also wie können wir den Leuten Geschichten des Gelingens erzählen, vielleicht über Technologie, vielleicht über Produkte, vielleicht über andere Projekte, die zeigen, Verkehrswende ist machbar und das ist auch richtig so. Wir können Plus sein und wir können am Ende zu einer guten Lösung kommen. Es gab ja schon immer wieder, hier Hermann Knuflacher, den kennen Sie vielleicht, Menschen, die die sehr autobasierte Stadt zum Beispiel kritisiert haben mit solchen Aktionen. Das war schon 2007. Das Thema ist ja nicht uns gestern vor die Füße gefallen. Das erste Titelbild des Spiegelmagazins zum Klimawandel war 1986, übrigens ein Kölner Dom, der unter Wasser stand. Das heißt, wir können uns nicht darauf berufen, dass diese Geschichten neu werden, aber wir müssen sie neu erzählen. Ich glaube, um zum Ende zu kommen, was wir uns nicht mehr leisten können, ist so zu tun, als wäre da nichts und es wäre alles nicht so wichtig und wir könnten immer so weitermachen. Ich glaube, der größte Konflikt unserer Zeit ist dieses Beharren auf dem Weiter-So. Die größte Utopie unserer Zeit ist der Gedanke, dass alles so bleiben könnte, wie es ist. Ich glaube, da müssen wir uns inzwischen ehrlich machen und sagen, egal wie es wird, aber es wird auf jeden Fall anders und wir sollten es gestalten. Das heißt, der größte Antagonist, das größte Hindernis ist der Unwille zur Veränderung, ist die Angst vor Veränderung. Deswegen ist das hier, glaube ich, eine ganz wichtige und tolle Veranstaltung, weil sie schon in ihrer Prämisse hat, dass es eine Wende geben muss. Den Schritt sind sie schon weiter, aber die Frage ist jetzt, welche Erzählungen wollen wir damit finden, welche Erzählungen wollen wir auch raussenden an eine Gesellschaft, die hochgradig verunsichert ist, in der viele Menschen auf dem Weiter-So beharren, weil sie eben Angst davor haben, was sonst als nächstes kommen könnte. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns immer wieder fragen, wo können wir da auch zu Protagonistinnen, auch zu BotschafterInnen eines Wandels werden, von dem wir ja alle glauben, dass sie zu etwas Besserem führt, wie wir vorher auch auf diesem Bild aus Berlin gesehen haben, zu einer Stadt, die lebenswerter ist, zu sauberer Luft, zu sauberem Wasser, also zu einer, eigentlich einer Verbesserung des Ganzen. Eine Veränderung, die Verbesserung ist, das ist der Kern von Geschichten erzählen. Das heißt, am Ende ist die Frage, wer wollen wir sein in diesem Bild? Was wollen wir da sehen? Und wie können wir zu ProtagonistInnen werden in einer nicht ganz einfachen Zeit? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Friedemann bleibt doch noch ein bisschen hier mit mir. Vielen Dank. Mich hast du sehr inspiriert. Und wen noch mal in die Runde gefragt? Alle Hände gehen hoch. Dankeschön. Alle Hände gehen hoch. Du hast viel von Geschichten erzählen erzählt. Und ich glaube, wir können von dir alle lernen. Und meine Frage an dich ist jetzt natürlich, wie erzählen wir denn aus der Perspektive eines Autors und eines Journalisten die Verkehrswende so, dass wir am Ende als die Heldinnen dastehen und ganz viele andere Leute dann mitnehmen für diese Wende wirklich positiv begeistern und Veränderung schaffen, die langfristig ist und vor allen Dingen positiv ist? Das ist natürlich die eine Million Euro Frage. Wenn ich das immer so genau wüsste, dann säße ich vielleicht auch in Berlin bei Herrn Wissing und würde ihm das mal erzählen. Ich glaube tatsächlich, was ich eben schon angedeutet habe, ist es ganz wichtig, es gibt jetzt so einen schönen Begriff, die Geschichten des Gelingens auch zu erzählen, weil wir natürlich, wir sind in einem Diskurs, ich mag diese Polarisierungsthese nicht so, die stimmt auch nicht, aber wir sind natürlich in einer politischen Situation und in einem Diskurs und in einem Gespräch, was sehr aufgeheizt ist. Und das hat auch Gründe. Und ich kann die Leute auch teilweise verstehen, dass sie verunsichert ist. Und da auch zu zeigen, als ein Land, was ja wirklich primär von seinem Wissen lebt und von seinem Know-how und von seinen technologischen Fähigkeiten, zu zeigen, dass wir ja eigentlich alles haben. Also wir müssen ja keine Wundermaschine erfinden, wir müssen es nur schneller und besser umsetzen. Ich glaube, das würde schon helfen, weil das verstehen da draußen auch Menschen, die sich jetzt nicht jeden Tag mit Verkehrswende beschäftigen oder mit Geschichten erzählen, die verstehen schon, dass Deutschland immer dann stark war, wenn wir uns darauf verlassen haben, was wir können. Und dass Deutschland immer ein Problem hatte, wenn wir uns darüber zerstritten haben, was wir nicht können. Und ich glaube, deswegen kann man viel mehr noch davon erzählen, wo zum Beispiel so etwas wie Verkehrswende, wo diese Transformation schon sehr, sehr gut funktioniert. Sehr gut. Und du hattest ja gesagt, in jeder Geschichte braucht es einen Antagonisten. Hast du eine Idee, wer der Antagonist sein könnte? Oder vielleicht muss es gar nicht eine Person sein, sondern vielleicht ein Etwas, damit wir viel mehr Leute begeistern können für die Verkehrswende, anstatt dass wir gegeneinander kämpfen, vielleicht das gemeinsam beleuchten, wie Herr Bussmann das erwähnt hat. Also ich habe ja eben schon angedeutet, dass zum Beispiel die fossile Industrie, glaube ich jetzt in dem ganzen Spiel, tatsächlich noch ein bisschen mehr sich Mühe geben könnte. Und andererseits möchte ich auch natürlich nicht dem Schirmherr der Veranstaltung zu nahe treten. Ich würde es mal größer machen. Ich glaube, es gibt, und das ist völlig verständlich, einfach aus der Konstruktion unseres Wirtschaftssystems heraus. Und ich glaube tatsächlich, die ökologische Frage ist eine, die ökonomische Frage ist eigentlich wichtiger. Wie stellen wir ein ganzes Wirtschaftssystem um, was eben auf fossiler Industrie und allem, was damit zusammenhängt, basiert? Wie kriegen wir das jetzt transformiert? Weil der Rest wird folgen. Es gibt Beharrungskräfte auf ein Weiter-So und die sind auch verständlich, weil ein Weiter-So bietet Stabilität. Und gerade wenn es um Wirtschaftlichkeit geht, ist natürlich, wenn ich weiß, wie ich morgen wieder Geld verdienen kann, dann ist es für das heute sehr, sehr wichtig. Das verstehe ich schon. Aber ich glaube, dass dieses Beharren, womit ich ja auch geendet habe, auf dem Weiter-So, das ist wirklich der größte Gegner. Und wir sind in Deutschland, wir können vieles, Veränderungen mögen wir nicht so gerne, an ganz vielen Stellen. Wir sind konservativ, an manchen Stellen auch in einem sehr, sehr schönen, in einem guten Sinne, weil wir was bewahren wollen, was funktioniert. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, dass die Veränderung sowieso kommt. Und wenn wir uns nicht verändern, dann wird uns die Situation verändern. Und ich glaube, wir wollen das Heft des Handelns doch in der Hand behalten. Und so ein kleines bisschen mehr Tempo und ein kleines bisschen mehr Experimentiergeist wäre da, glaube ich, ganz gut. Also die Veränderung positiv erzählen, Geschichten erzählen, Best Practices erzählen und dadurch so viele Menschen wie möglich dafür begeistern. Das wäre schön. Vielen, vielen lieben Dank, Friedemann. Einen lauten Applaus, bitte. Dankeschön, Tottin. Danke. Dankeschön. Danke. 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 Danke.